Hallo Kinder, Hanna-Louise und Hallo Maxl. Heute werden wir uns unsere Ostereier dekorieren. Dafür brauchen wir eigentlich noch ein Nagel ab von unseren Mammis. Dann brauchen wir noch am besten weiß ausgeblasene Eier, Schaschlikspieße und eine Schale voll Wasser. Dann nehmen wir uns unser weißes ausgeblasenes Ei und dann habe ich es mir noch mit Kixo befestigt, damit es da nicht runterrutscht. Dann nehmen wir uns den Nagellack und geben uns da so ein paar Tropfen, so. Andere Farbe. So. Noch eine Farbe. So. So. Wenn man will, dann nimmt man unser Ei, dunkt es so ein, und dreht es ein. So, dass überall die Farbe ist. So. Schönes eindrehen. So. Und fertig ist unser schönes Ei. Ich hoffe, es hat euch meine Idee gefallen. Viel Spaß beim Nachbasteln und Tschüssi. Mylitern. So. Wir sind Gott. So. 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 So.